Diese hier zum Kauf angebotene Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin. Die Immobilie wurde 1955 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über eine Einbauküche. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 80 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 227.500 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017